Jetzt geht es los, unser Urlaub in die Pyrenäen. Bisschen fliegen, bisschen dolchen. Wetter ist heute eher thermisch, wie man sieht. Also ballert heute richtig. Bisschen fliegen. 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 Das war's für heute. Ja, liebe Freunde, viele Grüße aus dem Führer Nähen. Wir sind jetzt hier mit der wunderschönen, fetten Soaring Thermik, was auch immer, Rich hinter uns. Der Jonas, der taschtet sich gerade vor die Wien und hat mich daran, dass es so schöne Bilder gibt. Und ja, wir genießen unser Leben, ich sage, ja. Da kann man schon Urlaub machen, ein bisschen abhängen, ein bisschen fliegen. Einfach herrlich. Mein Höhe! Ha, ha, ha! I go solo, oh, I go solo, I make my way, I make my way, I make my way. Mach err unter uns! Und der Güssel, der Jonas! Was ist das? He, f***! Das ist so erfolgreich ein Tag, oder? Zum Wohl! Ein Danke natürlich auch der Fredi, die uns immer hochgefunden hat. Was ist das? Das ist ein Dreier. Das ist so schön. Ich mache meinen Weg, oh, ich mache meinen Weg. Ich gehe so hoch, oh, ich gehe so hoch. Ich mache meinen Weg, oh, ich mache meinen Weg. Wie sieht es aus? So sieht es aus. Das ist ein Blatt, oder? Ok. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, heute sind wir in den Zentralpyrenäen, in Castejón de Sos, schon deutlich tiefer in den Bergen drin und hier ist es schön lieblich. Jonas, wie ist das Flugwetter heute? Ja, müssen wir gucken. Es ist noch ziemlich blau aktuell. Hier liegt schon die erste Drohne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Ich bin gerade auf dem Weg nach Pamplona und der Matze lässt mal wieder seine Drohne steigen. Musik Kleines Alternativprogramm zum Fliegen ist schauen, dass wir nicht runterfliegen und ja, coole Ruine würde ich sagen. Musik Federico, was meinst du zum Wetter? Was meinst du zum Wetter? Also das Wetter ist top. Heute Abend halten wir die Tapas fest, den Marskopf hier fest. Und verstecken wir uns in einer Tiefenbar von Pamplona. Oh, die haben uns noch weggeläbt. Dimm! Hahahaha Musik 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 Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.